Ja und somit herzlich willkommen zurück zu The Last of Us 2. Wir gehen irgendwo hier rein. Ja toll, ich muss mich auch noch reinlegen in die schöne Sporenpampe. Okay meine Freunde, wir hatten ein bisschen einen Kampf hier. Das heißt wir können mal schauen, wir werden hier mal wieder ein paar Sachen finden. Hier geht es weiter, hier steht nichts wichtiges. Immer hier. Ja, das ist... Achso. Ich hätte es gedacht, das ist so ein Tor, das nur in eine Richtung... Oder halt in die andere Richtung geht es jetzt wohl leider nicht mehr. Deshalb habe ich gedacht, das ist gar kein richtiger Weg. Ich dachte, dass es irgendwie versperrt ist oder falsche Drehrichtung, aber... Dann wäre ich doch lieber zuerst da nach hinten gegangen. Okay, dann halt nicht. Komm an, quälsch ich durch. Na, hallöchen. Ja, zum Glück sieht er nicht unsere Taschenlampe. Hä? Okay, aber da hinten ist ein Klicker, der ist schon in einem anderen Raum. Sind das Gas- oder Eindringlinge? Das ist kauf, so haben wir das. Klicker, gut aufpassen. Hihihi, Leute, ich habe da so eine Idee. Alter, ich habe halt keine... Rechte! Das hast du verbreitet! ...rechte Gedeckung. So, habt Spaß mit den Klickern, gell? Ah, da sind ja mehrere. Mach sie fest! Hihi, 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 hihi. Ich hoffe nicht, dass einer hier in meinen Zug reinkommt. Oh, die laufen schon ein bisschen komisch, gell? Ja, die erste Seite. Jetzt? Oh, drei! Die rennen halt alle weg. Ah, sehr schön. Ja, schon mit den Klickern ist es meistens ein bisschen einfacher. Oh ja, der kommt, glaub ich, wieder in unsere Richtung. Das ist halt ein bisschen übel. Und die rennen so, dass das schön gehört wird. Alter, da sind ja sogar vier. Einen haben sie schon mal erwischt. Oh, ich habe noch einen Schuss hier. Das war gar nicht gut. Was scheint einfach dran oder nicht dran? Geht einer, oder? Kann sein, dass hier eine gestorben ist. Und der chillt hier. Ich kann mir doch auch die Maske wegnehmen, oder? Ich weiß nicht, wie schnell sie sterben. Eins, zwei, drei, vier. Ist der dritte vermutlich auch gestorben? Vielleicht. Weiß es nicht. So, hier haben wir ein paar Wieso kommen die jetzt hier? Ein paar Deckungen an uns her. groß was einsammeln können wir gar nicht und stein nachkommen wir machen es mal ein entspannend oder kommt nur einer rein sehr schön ja genau glaubt schön in das feuer 2 2 andere oder können vielleicht auch noch sterben Alter, wehrt der ab! A come on! Lass mich los! Oh ja, haben wir jetzt nicht gepackt, aber... Das ist alles nicht geplant. Ich weiß, dass ich meinen Molotov hier noch opfer. Ich höre immer noch was. Okay, die droppen hier gerade gar nichts. Ich meine, die Lampe ausgegangen? Habe ich sie selber ausgemacht? Da drüben sind noch welche. Ich höre noch so ein paar Geräusche. So meine Freunde. Hier gibt es keine Infos. Endlich mal wieder was zum einsammeln. Ich habe irgendwie einen Raum weiter oder so sind die. Nachfall. Ach, hier ist noch einer gestorben. Er hat seine Maske verloren. Alter. Was macht auch Gewehrmunition im Aktenschrank? Weil die das nochmal so erwähnt haben. Müssen wir vielleicht hier eine Treppe da hoch? Oder hier weiter? Kann doch sein, dass wir da hochkommen hier. Ich weiß es aber gerade gar nicht. Da. Backstein. Hier ist doch sicherlich irgendwo was, oder? Hier ist doch sicherlich irgendwo was, oder? Ich da rein. Dina. Komm an. Komm an. Komm an. Komm an die von hinten. Okay. Komm an die von hinten. 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 Hier. Alles okay? Hier. Danke. Baby. Lass uns hier verschwinden. Hier liegt nichts rum. Hallo. Muss man da x-trücken. Durch den Spalt zu gelangen. Hier vielleicht auch? Schauen wir mal noch hier kurz. Hier noch was tolles gibt. Ah. Okay. Den wollte ich jetzt nicht. Ach. Der Weg ist versperrt. hier durch. Ist aber wirklich tommisch auch hier entlang gekommen? Hast du gehört wie sie uns genannt haben? Scars. Ich weiß nicht, wer all die Hatzel da gemalt hat. Und die Wolves ausgeweitet hat. Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Sagt los. Ach. Und wir sind mittendrin. Super toll. Hier ist eine Öffnung. Oh. Ich höre. Was nicht menschlich ist. Und was menschlich ist. Machen wir das Licht aus. Kann jetzt ein bisschen dunkel sein. Aber hier sollte. Uh. Hier. Finden wir. Nichts mehr. Okay. Es hat so ein bisschen gefunkelt. Alles zu rot hier. Rot. Wie die Liebe. Oder irgendwas anderes. Scheiße. Okay. Das war ein Mensch. Hat sowas gegeben? Lothar haben so eure Spuren. Aber das klang nicht wie ein Lothar. Was immer die wir kämpfen. Wir sollten die sich gegenseitig töten lassen. Oh ja. 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 Einfach nicht eingreifen. Schön zuschauen. So wie wir vorher die Clicker benutzt haben. Mach ich schon ganz gut. Was haben wir hier schönes? Die mag ich am liebsten. So. Hier geht es vielleicht weiter. Da drüben ist noch eine Leiter. Boah, die sieht aber ein bisschen nicht so ganz durchgängig aus. Das muss einen Weg darüber geben. Und wieso nicht da entlang? Oder abgesperrt? Nö. Ah, ne. Werkbank. Enten. Schon sagen. Kann ja nicht sein, dass da nix rumliegt. So. Was verbessern wir? Eigentlich. Komm. Oh, hier kann man den Rückschluss mal machen. So. 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 Kommt hier so ein Kompensator drauf. Mehr haben wir auch gar nicht. Kann ich da jetzt? Okay, ich kann. Wer hat es schon drauf gemacht? Hier ist sogar mehr Munitionskapazität dadurch. Irgendwie hätte es aber nicht so ganz funktioniert, wie ich das machen wollte, oder? Ah. Ich glaube mal, ich sollte über das Rohr rüber. Über das Rohr werfen. Das ist einigermaßen funktioniert. Wie geplant. Naja, nicht peinlich. Jetzt könnte ich... Mal ein bisschen nach oben. Oh. Ach. R1 war das. Ich dachte L1. so einmal hier rüber schwingen es war auch schon ein bisschen knapp ich schaue mal so lang lauter tolle sachen aber vieles habe ich natürlich schon ich habe auch das ding gesehen da war so ein schacht weil was bringt diese leiter das haben wir doch schon von ganz weit vorne gesehen das heißt wir müssen hier durch mache ich hier gar nicht hier so ein run oder irgendwas kommt die komische explosions gab es doch im ersten teil auch schon ich habe meine molotovs hat sie gesagt ich habe meine ganzen molotovs weggeworfen und hier geht es wohl runter zu dem netten kollegen der uns auch sehen kann scht infizierte werden das licht an der taschenlampe was können kein licht sehen ganz schafft ich habe keinen mehr was für fücher sind das halte aber lieber die pumpe raus hätte ich die von hinten angreifen ich weiß es nicht alter meinst du ich brauche dich ich brauche dich ich brauche dich ich brauche Viel Spaß. Oh. Machen wir fertig. Okay. Ich habe mal ein super Versteck hier. Wenn die immer da vorne rumlaufen. Und das war es jetzt halt auch schon. Alter, der fette rennt auch noch rum. Okay, ich werde nicht gesehen. So, einer schon mal weniger. Ich weiß nicht, ob ich den von hinten angreifen kann. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung der schaut. Also wir können angeblich das Licht anlassen. Okay. Das ist schon mal down. Auch ganz kurz. Oh, jetzt kommt der Dicke. Ne, weg hier. Das ist ein meaty-pack. Hat gar nicht so viel gebracht, gell? Weck mich gerade auf. Jetzt her. Und nicht der Dicke, oder? Ich weiß nicht, ob ich die Runner können, können die Licht sehen. Weiß es nicht. Ich glaube, schon eine Dicke. Sieht man halt auch gar nicht. Probier's nochmal. Ich glaube, nur einer. Alter! Oh, okay. Ich wollte schon... Upsi. Alter, ich wollte schon sagen. Wir können nur keinen Schlöchangriff machen. Scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein. Alles okay. Schambler? So haben sie sie genannt? Ja. Woher kommen jetzt wieder Schambler? Ich weiß auch nicht. Aber sie sind ekelhaft. Okay, aber kennen tun wir sie eigentlich ja quasi schon. Aber was soll das heißen? Woher kommen denn schon wieder? Also, mit anderen Worten, die waren mal von der Bildfläche verschwunden, oder wie? So, wir sind in der Hektik mal hier. Achso, das ist der große Raum. Gibt's ja gar nichts mehr groß zu plündern. Oh, hier waren Menschen. Hier diese Leuchtvergüsch. Wieso kommt das nochmal hier der Hinweis? Ist hier nochmal jemand? Oh, ich habe hier eine Flasche. Kommt niemand. Ich bin gewundert, dass da nochmal der Hinweis kommt. Oh, sieh dir die Verätzungen an. Nein, lieber nicht. So, wir schauen uns hier mal noch kurz um. Dankeschön. Und schon war's, das ist doch noch wie. Dann geht's wohl vermutlich... ...gleich da drüben weiter. Also,